Freunde, sie sind endlich da. Darf ich vorstellen? Die Nightmare Critters. Eine Bande rebellischer Critters, die wir uns heute etwas genauer anschauen werden. Denn diese kleine Bande wird für Poppy Playtime Chapter 4 wichtiger, als wir vielleicht erwarten. Und jetzt schnappen wir uns alle unseren Nightmare Critter und schauen uns diese kleine Bande mal etwas genauer an. Lasst uns erstmal alle kennenlernen, damit wir wissen, mit wem wir es hier genau zu tun haben. Fangen wir doch direkt mit unserem schwarzen Schaf der Bande an. Baba Chops. Sie bevorzugt es Freiraum zu haben. Sie braucht eine Menge Platz. Eine wirklich große Menge Platz. Baba kann sehr distanziert sein, sehr still, mit sehr wenig Energie. Und es braucht eine Menge Überredungskunst, sie aus ihrem Haus zu bekommen. Glücklicherweise hat sie sehr hartnäckige Freunde, die sie dazu bekommen, ihr Haus zu verlassen. Nach einer Weile bessert sich das Ganze, aber am nächsten Tag geht das Ganze wieder von vorne los. Babas Duft ist Anis. Icky Licky. Er ist der Inbegriff eines schlechten Sportlers und ist die Art von Kind, die bei einem Staffellauf zurückfällt und das Ganze auf ein schmerzendes Knie schiebt. Auch wenn das nicht der Fall ist. Icky ist von Natur aus eigentlich sogar sehr begabt und fordert ständig alle bei absolut allem heraus, ohne dabei das Ergebnis zu bekommen, das er erwartet. Aber keine Sorge, Icky hat immer eine Ausrede parat. Sein Duft ist Kaffee. Kommen wir nun zu unserer Plaudertasche Raby Baby. Sie könnte kein Geheimnis bewahren, selbst wenn ihr Leben davon abhänge. Und wenn es eine Sache gibt, die Raby liebt, dann ist es Klatsch und Ratsch. Eine ihrer besten Fähigkeiten. Raby kennt keine Privatsphäre oder Grenzen. Und sei dir sicher, bist du in einem Raum mit ihr, kannst du darauf wetten, dass sie dich belauscht. Ihr Duft ist Kaugummi. Der faulste Dude der ganzen Bande. Alistair Gator. Er ist durch und durch der faulste Dude, den du jemals zu Gesicht bekommst. Er ist cool, aber wenn er könnte, würde er den ganzen Tag nur im Wasser verbringen und nichts tun. Alistair ist kein Fan von sich den ganzen Tag anstrengen und dafür belohnt werden. Er ist eher der Typ, der die Philosophie, gut Dingen will Weile haben, bevorzugt. Er muss nur darauf warten und er wartet still. Alistairs Duft ist Sandelholz. Er ist der coolste Typ der Stadt. Simon Smoke. Simon weiß, dass er der coolste und beliebteste ist. Und er sorgt immer dafür, dass es auch so bleibt und niemals vergessen wird. Ob er vor seinen Freunden angibt oder einfach nur mit einer seiner Errungenschaften prallt. Es ist immer ein Beliebtheitswettbewerb mit ihm. Simon gewinnt fast immer, aber eigentlich ist er ein kolossaler Idiot. Aber er hat ein Händchen dafür, damit durchzukommen. Sein Duft ist Holzrauch. Kommen wir zu Powie. Er hasst die Sonne und ist sich sicher, dass dies nur ein grausamer Trick der Natur ist. Dass die Welt diese überhaupt braucht. Powie fühlt sich sehr wohl in der Dunkelheit und verbringt seine Nächte gern damit, auf Friedhöfen rumzuhängen, Musik zu hören und sich über nichts Bestimmtes zu ärgern. Powie besteht darauf, dass es keine Phase ist, die er durchmacht. Powies Duft ist Zimt. Unser selbst erlannter Mülllager, Tui. Wenn Tui nicht gerade damit beschäftigt ist, zu essen oder Müll zu sammeln, dann ist er ziemlich gesprächig. Er redet sehr viel, was sehr überraschend ist, da er recht wenig zu sagen hat. Wenn du jemals jemanden brauchst, der einen aufschlussreichen Kommentar oder einfach nur irgendeinen beliebigen Schrott abgibt, dann ist Tui genau dein Mann. Sein Duft ist trockene Erde. Und nun zur letzten der Bande, Maggie Marco. Sie denkt dauernd nur mit ihrem Bauch und am glücklichsten ist Maggie mit Essen in ihrem Mund. Und glaubt mir, sie ist nicht wählerisch. Sie liebt Süßigkeiten, aber Gemüse? Wah! Wunder dich also nicht, wenn sie ihre Ratschläge zu gesunden Essgewohnheiten mit einem Klecks Zucker, etwas Schokoladensirup, Schlagsahne und einer Kirsche obendrauf beschreibt, während sie ausgiebig lacht. Nun, da wir alle Nightmare-Kritters kennengelernt haben, kommen wir nun zur Rolle im Cartoon. Wie wir wissen, sind sowohl die Smiling-Kritters als auch die Nightmare-Kritters basierend auf Cartoon-Figuren der 90er Jahre. Sie weisen viele Gemeinsamkeiten auf, was aber direkt auffällt, ist, dass die Nightmare-Kritters so etwas wie die Gegensätze der Smiling-Kritters darstellen. Schauen wir uns zum Beispiel mal ein Hobby Hopscotch und Alistar Gator an. Hobby ist ja energiegeladen und unternehmungslustig, im Gegensatz zu Alistar, der nichts lieber macht als zu chillen. Nun, das Ganze ist nicht ohne Grund so, denn in jedem guten Cartoon gibt es eine Protagonisten- und eine Antagonisten-Gruppe und genau das stellt die Playtime-Ko hier mit den Nightmare-Kritters dar. Man konnte somit nicht nur Kinder, sondern auch Jugendliche ansprechen, die sich mit den Nightmare-Kritters besser identifizieren konnten, womit die Popularität der einzelnen Figuren am Ende nochmal gewustet wurde. Hopscotch sein kennt man hier leider nicht, aber ich denke gerade durch die verschiedenen Eigenschaften, die man hier abgedeckt hat, ist das Ganze ziemlich beliebt gewesen. Wie genau das Ganze im Cartoon abgelaufen ist, kann man jetzt nur spekulieren. Aber ich bin mir sicher, dass es in jeder Folge einen kleinen Wettstreit zwischen den Critters gab und die Smiling-Kritters die meiste Zeit diese gewonnen haben. Gerade Ikki und Simon werden eine große Rolle gespielt haben. Ikki liebt es, andere herauszufordern und Simon prallt gerne damit, dass er immer gewinnt. Nun, was genau im Cartoon der Fall war, wissen wir leider nicht, solange wir hier nichts genaueres bekommen. Die Nightmare-Kritters in Poppy Playtime Chapter 4 Kommen wir nun zu meiner Theorie, wie sich die Nightmare-Kritters in Chapter 4 bemerkbar machen werden und wen wir antreffen werden von diesen. Eine große Rolle wird Raby Baby spielen, denn sie wird der Schlüssel zu bestimmten Geheimnissen sein. Raby liebt Klatsch und Tratsch, was sie als eine Art Vorteil nutzen wird. Da Raby sehr viel lauscht, wird sie sicher mehr wissen wie die meisten. Und was am wichtigsten ist, sie wird Informationen über den Prototypen haben, die wir zu unserem Vorteil nutzen können. Aber nicht nur das, Raby wird Informationen über den Komplex und das neue Monster in Chapter 4 haben. Ich denke also, dass sich Raby als sehr nützlich erweisen könnte, so wie es Oli in Chapter 3 getan hat. Hier spielt natürlich auch das Kind, das in Rabys Bigger Body Version steckt, eine große Rolle, da sie ungefähr die gleichen Eigenschaften aufweisen sollte wie Raby selber. Gehen wir davon aus, dass dies der Fall ist, haben wir mit Sicherheit einen weiteren Verbündeten im Kampf gegen den Prototypen. Wenn auch nur für eine bestimmte Zeit. Raby ist die beste Informationsquelle, die Poppy und wir bekommen können. Nun, aber Chapter 4 wird nicht nur Verbündete mit sich bringen, sondern auch neue Feinde. Und hier kommen die anderen Nightmare Critters ins Spiel. Wobei ich mir sicher bin, dass wir nicht alle in einer Bigger Body Form sehen werden. Alistar zum Beispiel hätte ein gewisses Potential. Wenn wir uns die Screenshots genauer ansehen, gerade die der Kanalisation, könnte das hier für Alistar ein gutes Versteck sein. Gehen wir nur nach seiner Beschreibung, dann ist er sehr geduldig, wenn es ums Warten geht. Und er liebt es, nichts zu tun. Wobei man nicht weiß, was passiert, wenn man ihn dabei stört. Alistar ist eine Art Lauerjäger, der nur auf den richtigen Moment wartet, seine Beute zu fangen. Und da bietet sich die Kanalisation einfach sehr gut an. Hier gehe ich also davon aus, dass er feindlich gesinnt sein wird. Was nicht unbedingt heißt, dass er dem Prototypen hilft. Vielleicht tut er das Ganze auch nur, um zu überleben. Ob die Nightmare Critters Teil der Hauer of Joy waren, steht im Prinzip außer Frage. Solange es Bigger Body Formen gab, werden sich die meisten an diesem sinnlosen Massaker beteiligt haben. Im Gegensatz zu den Smiling Critters. Das würde auch nochmal das rebellische Verhalten der Nightmare Critters widerspiegeln und die Storyline für diese unterstützen. Eins steht fest, wir werden die Nightmare Critters in ihrer Critter Form alle sehen. Da wir Baba Chops schon gesehen haben, gehe ich davon aus, dass wir sie alle sehen werden. Wie es auch bei den Smiling Critters der Fall war. Was denkt ihr, wen wir sehen werden? Und wen würdet ihr gerne als Verbündeten oder sogar als Feind in Chapter 4 haben wollen? Haut es natürlich gerne in die Kommentare. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und dem Video ein Like zu verpassen, sonst holen euch die Nightmare Critters. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, bye bye.